So, herzlich willkommen zur Zusammenfassung der zweiten Trainingswoche hin auf den Ironman 73 Italy. Und ja, das heißt, es stehen jetzt noch 14 Wochen aus. Das ist auch gut so, weil die Woche lief wieder alles andere als gut. Meine Knieprobleme, die ich im letzten Video schon erklärt hatte, sind ein bisschen schlimmer geworden. Jetzt nicht extrem schlimm, aber ich würde sagen, wenn ich das jetzt mal weiter so durchziehe, dann kann ich irgendwann gar keinen Sport mehr machen für ein paar Wochen. Das bedeutet, da muss auf jeden Fall was gemacht werden. Und dann war ich die Woche leider auch noch krank, was einfach das Volumen extrem gesenkt hat. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze wieder in der Polarübersicht an. Ich fand es ziemlich übersichtlich und deswegen starte ich jetzt die Aufzeichnung auf meinem Laptop und dann gehen wir einmal über die Trainingsdaten von dieser Woche. Also, hier wie gesagt wieder in Polar. Wenn wir uns da gleich mal den Vergleich zur letzten Woche anschauen, wenn er da schon da ist, waren es circa anderthalb Stunden weniger. Liegt einfach daran, dadurch, dass ich versucht habe, das Laufvolumen noch zu halten und auch ein bisschen krank war, weil ich nicht so viel Radfahren. Aber das ist jetzt an sich nicht dramatisch. Die Fitness habe ich auf jeden Fall mehr oder weniger gehalten, auch wenn es jetzt die Woche nicht so lief. Ich habe gestartet mit einer Schwimmeinheit. Ja, da war... Ja, die Daten bringen jetzt nicht so viel, leider, weil meine Uhr das nicht getrackt ist. Das waren 2700 Meter, viel Technik, ein paar Sprints. Bei denen bin ich aber nicht so schnell geschwommen, weil ich noch ein bisschen mehr Recovery wollte. Viel Technik und auch ein paar Atemgeschichten, die mir auf jeden Fall weiterhelfen. Und ja, war danach vermutlich nicht warm genug angezogen. Es war relativ spät, schon wieder ein bisschen windig. Und dann bin ich leider am nächsten Tag mit einer leichten Erkältung aufgewacht. Jetzt nichts Dramatisches. Da habe ich gedacht, okay, Laufintervalle skippst du lieber erst einmal, verschiebst du in ein, zwei Tage. Und bin dann gemütlich Radfahren gegangen. Das war wirklich nichts Besonderes. 112 Durchschnittspuls, 26,3er Schnitt. Das Ganze auf dem Rennrad, jetzt einfach um dann, ja, hoffentlich am nächsten Tag wieder gut aufzuwachen. Ist leider nicht passiert. Am nächsten Tag ging es mir ungefähr genauso. Ich war dann, ja, einmal gemütlich laufen, weil ich auf jeden Fall Lauftechnik trainieren wollte, anstatt den Intervallen. Und da gemütlich hatte bei dem Lauf auch noch keine Knieprobleme, obwohl es fünf Kilometer waren. Durchschnittsgeschwindigkeit wieder für den Puls für mich ziemlich gut. Also ein positiver Trend zumindest für die Grundlagengeschwindigkeit. Das wird sich jetzt vermutlich ein bisschen verändern, dadurch, dass ich eine Laufpause machen werde. Nicht muss, aber ich werde es machen. Und ja, konstant da dann Lauftechnikübungen gemacht. Zehn Minuten, 15 Minuten. Einfach bei YouTube noch ein bisschen herausgesucht zu dem, was ich schon kannte. Und dann noch Krafttraining macht, auch diesmal mit Gewichten. Und eben Core, da Squats und Lunges vor allem mit Gewichten. Dadurch hatte ich dann auch einen gescheiten Muskelkater am nächsten Tag. Deswegen einfach wieder eine gemütliche Radeinheit. Da gibt es auch wieder nicht unbedingt viel zu sehen. Durchschnittspuls 120, Durchschnittsgeschwindigkeit ein bisschen schneller. Aber es waren auch auf die Distanz im Verhältnis nicht so viele Höhenmeter. Deswegen, ja, einfach wieder eine Recovery Session. Ich hatte nämlich dann für den nächsten Tag ein bisschen was Intensiveres geplant. Auch wenn ich die ganze Woche, ja, Recovery technisch wegen der kleinen Erkältung nicht wirklich am Start war. Aber mir ging es am Freitag dann doch ziemlich gut. Muskelkater war noch da. Als ich dann vom Rad gekommen bin in den Koppellauf, dachte ich mir auch erstmal so, oh, wird das was? Muss ich das jetzt wirklich machen? Aber ich habe es dann gemacht. Ja, hier, Durchschnittsgeschwindigkeit etwas schneller wieder. Das Ganze auf dem Titibay. Ich glaube, circa 350 Höhenmeter waren es. Man sieht, der Puls ist auch um einiges höher. Ich bin nämlich Intervalle gefahren. Hier zweimal zehn Minuten. Hier von acht bis neun und von zwei bis drei. Und auch geschwindigkeitstechnisch da, ja, um die 40 rum. Da ging es auch immer bergab und da ging es einmal bergauf. Ich weiß jetzt nicht, wie accurate die Geschwindigkeitsmessung von meiner Polaruhr ist, tatsächlich. Aber ich wollte eigentlich einen Intervall mehr machen. Aber dadurch, dass ich hier irgendwie Bauchkrämpfe bekommen habe im zweiten, habe ich dann lieber nochmal Pause gemacht. Aber es ging dann wieder. Und habe dann noch den zweiten durchgezogen. Dann, wie gesagt, in einen Koppellauf rein. Da haben sich die Beine gar nicht gut angefühlt. Und ich wollte das Ganze auch erst mal skippen, wegen dem Bauchkrämpfen. Ich habe den Koppellauf dann aber durchgezogen. Wollte erst nach 500 Metern aufhören, einfach um das in die Beine zu bekommen. Aber es lief dann relativ gut. Das stimmt hier nicht ganz, weil ich mal wieder ganz blöd gestoppt habe. Strava hat es ein bisschen zu weit runtergerechnet. Ich würde sagen, 3,47 Meter circa. Ja, kann man nehmen. Hätte ich nicht erwartet. Also ich bin nach Gefühl gelaufen, habe nicht auf die Zeiten geschaut. Habe dann bloß gesehen, nach dem ersten Kilometer, wo ich einfach dann wirklich aufhören wollte. Oh, 3,42 oder so stand auf der Uhr. Oder was hat er hier unten rausgeschobt? 3,46. Lauf mal noch weiter. Ich habe mich dann circa im Pulsbereich 195 gefunden, wo ich sagen würde, okay, da kann ich 5 Kilometer halten. So war es zumindest vor 6 Monaten. In einem 5 Kilometer Lauf. Im Wettkampf sollte das schon machbar sein. Jetzt in einer Session vermutlich nicht. Wie wir es letzte Woche gesehen haben in dem Test. Aber ja, das sollte im Wettkampf definitiv drin sein. Und mir war dann auch schon klar nach der Session, dass ich mich am Samstag natürlich, vor allem mit der Krankheit, nicht so toll fühlen werde. Ich habe mich dann doch einigermaßen gut gefühlt. Ich bin jetzt immer noch ein bisschen fertig. Ich war auch vorher jetzt dann, wie man sehen kann, hier noch laufen und habe Krafttraining ein bisschen gemacht. Stabi. Aber ich habe mich dann doch relativ gut gefühlt. Und die Session, da hat mir auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen Confidence gegeben, dass die Geschwindigkeitskurve doch nach oben zeigt. Grundsätzlich verliere ich natürlich zur Zeit ein bisschen Grundlagenausdauer. Aber die Geschwindigkeit zeigt sowohl auf dem Rad als auch beim Laufen dann doch nach oben, was ich positiv finde. Und ich muss ja jetzt auch erst mal noch nicht auf längere Distanzen die Geschwindigkeiten halten. Ich habe zwar die olympische Distanz und die Sprintdistanzen, aber ich glaube, da werde ich vor allem auf dem Radfeld drücken und dann schauen, was beim Laufen noch geht. Weil ich jetzt eh, wie gesagt, erst mal eine Laufpause mache. Das heißt, da bin ich dann vermutlich mit jedem Ergebnis happy, solange es nicht zu langsam ist. Aber lieber ein bisschen langsamer laufen im Wettkampf als wochenlange Knieprobleme. Deswegen jetzt eine Laufpause. Nachdem ich heute dann doch wieder ein bisschen stärkere Knieprobleme bekommen habe. Ich wollte einen progressiven 10-Kilometer-Lauf machen. Habe das Ganze dann bei Kilometer 7 abgebrochen. Ja, schön progressiv. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, dass es da bergauf ging und dann bergab. Deswegen ist der Puls relativ lang noch in Zone 2 geblieben. Und dann erst so die letzten 3 Kilometer. Also ich würde sagen, das ist normalerweise vom Puls um einiges höher. Man sieht es ja, die sind gleich gewesen. Aber dadurch, dass es hier dann mehr bergab ging, war das natürlich vorherzusehen. Und dann noch bis 4.30 hoch. Der Kilometer war auch sehr kurvig und hügelig. Hier kann man sehen, eher bergauf. Das heißt, da war ich auch sehr happy mit 4.30 bei einem 178er Durchschnittspuls. Das ist, wie gesagt, auch wieder ein Zeichen, dass die Laufgeschwindigkeiten an sich alle nach oben zeigen. Das ist halt bloß das Knieproblem. Und ich denke, dass ich dann auch ein paar Wochen nach den Wettkämpfen, ich werde schauen, dass ich die drei Liga-Wettkämpfe durch rumbekomme, dann in der Zeit Krafttraining mache, mich um mein Knie kümmere, das Laufvolumen runterfahre, dafür das Radvolumen hochfahre und versuche Fitness zu halten. Und dann mit ein paar Key-Sessions zumindest wieder auf der gleichen Laufform bin. Und dann sollte im 70.3 in Italien dann auch gut was gehen. Jetzt zurück zum Training. Es stand dann noch einfach ein bisschen Lauftechnik wieder an. Die habe ich aber nicht getrackt beide Male. Und wieder Stabi-Training. Diesmal nur, ich wollte mir nicht wieder direkt Muskelkater holen, weil das, wie gesagt, hier noch gezogen hat. Und ich nächste Woche zwar jetzt erstmal ein paar Ruhetage mache, aber wirklich schauen will, dass ich wieder gescheit fit werde, dass die Erkältung ganz raus ist, dass ich wieder im Schlaf auch mich gut erhole. Und dann werde ich das Radvolumen hochschrauben. Also, ja, ist jetzt nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte natürlich an der Laufform arbeiten, weil das momentan so meine größte Schwachstelle im Triathlon ist. Aber an der Laufform zu arbeiten, das bietet sich jetzt zurzeit nicht an. Ich werde zwar weiter Krafttraining-spezifisch darauf hinarbeiten und auch, ja, Lauftechnik versuchen noch einzubauen zusätzlich, dass ich zumindest motorisch das Ganze im Kopf behalte. Aber jetzt erstmal, ja, bis zum nächsten Triathlon vermutlich maximal einen Lauf machen dann, um einfach nochmal reinzukommen. In zwei Wochen steht ja die Olympische Distanz in Bad Tölz an. Bin nochmal gespannt, wie es sich anfühlt, da runter vom Rad zu laufen. Die Woche hat sich, wie gesagt, obwohl die Beine schwer seien, ziemlich gut angefühlt. Den Pace werde ich natürlich auf keinen Fall halten können. Aber ich denke, das ist jetzt einfach das Geschickteste. Laufen mal komplett für ein paar Tage, vielleicht auch zwei Wochen ganz zu streichen. Und Radfahren hatte ich gar keine Probleme in der ganzen Zeit. Nicht mit dem Knie, nicht mit dem Rücken, nicht mit irgendwas. Das heißt, da sollte das Volumen auch auf jeden Fall hochgehen, wenn das Laufen vor allem wegfällt. Und, ja, dann werde ich mich jetzt aufs Schwimmen und aufs Radfahren konzentrieren. Hoffe dann, dass die nächsten Triathlons natürlich gut laufen. Und Hauptziel ist dann, wie gesagt, dieses Jahr der Ironman 73 Italien. Wer da die erste Trainingswoche noch nicht gesehen hat, kann sich das Ganze hier anschauen. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Trainingswoche und wir sehen uns im nächsten Video wieder.